Dann wollen wir beginnen. Das heutige Interview ist Teil eines Projektes mit dem Namen vom blauen Himmel über der Ruhr bis zur Energiewende, durchgeführt durch das Ecologic-Institut, mit dem wir die Geschichte der wissenschaftsbasierten Umweltpolitikberatung in Deutschland eruieren wollen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir diese Reihe von Interviews heute beginnen können mit Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker. Herzlich willkommen. Danke, freut mich. Sie haben in Ihrer Karriere so viele interessante Stationen durchlaufen, die uns hoffentlich helfen werden, das Problem von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, von der universitären Wissenschaft zu den unabhängigen Instituten. Auch im Parlament, im Deutschen Bundestag sind Sie tätig gewesen. Wie haben Sie vor allem auch die Entwicklung, die Entstehung der Umweltpolitik in Deutschland erlebt? Die Umweltpolitik war in gewissem Sinne auch der Auslöser für die Demokratisierung auf Basisebene. Bis in die 60er Jahre hinein hatten wir ein doch im Wesentlichen hierarchisches Demokratiesystem. Die Basis hatte damals keine Rolle. Und als dann massive Vergiftungen waren, die Willy Brandt unter anderem im Ruhrgebiet erlebt hat, was ihn dann zu dem Ausruf blauer Himmel über der Ruhr veranlasst hat, das war alles in der Demokratie gar nicht recht vorgesehen. Insofern hat die Umweltpolitik eine wesentliche Rolle gespielt, oder die Umweltkrise, bei der Entstehung einer neuen Auffassung von Demokratie. Wo würden Sie dann in diesem Anfangszeitraum, in den 60er und 70ern, die Anfänge dessen verorten, was wir jetzt im Rahmen des Projektes wissenschaftsbasierte Politikberatung nennen? Es gab natürlich sofort unendliche Konflikte. Wenn diese Basisgruppen aufmüpfig waren und womöglich erfolgreich waren, dann kam die Industrie und hat gesagt, davon ist ja nichts bewiesen, das sind ja alles freche Behauptungen. Und dann gab es Anwälte für Bürgerinitiativen. Dann wurde schon in der Frühzeit wegen der damals noch etwas unsicheren wissenschaftlichen Basis von Seiten des Bundesinnenministeriums das Umweltbundesamt eingerichtet, unter Heinrich Freier von Lersner. Der hat sehr stark dafür gesorgt, dass manche von diesen aufmüpfigen Jungen in sein Amt kamen und im staatlichen Dienst Umweltpolitik-Analyse gemacht haben. Und dann hat er gemerkt, manches davon darf gar nicht der Staat machen, das sollen die Betroffenen machen. Und dann kam das Öko-Institut auf den Plan, was gesagt hat, ja, also wir sind die Vertreter derer, die eigentlich sonst keine Stimme haben. Und die brauchen auch wissenschaftlich sorgfältige Analysen. In demselben Zeitraum fällt, wenn ich richtig informiert bin, auch die Gründung des Instituts für europäische Umweltpolitik. An dem sind Sie in den 80ern als Direktor tätig gewesen. Was können Sie mir aus dem, was Sie damals erfahren haben, noch über die Gründungsgeschichte auch dieses Instituts erzählen? Es gab die Europäische Kulturstiftung in Amsterdam, die aus dem holländischen Lotto finanziert wurde. Und die hatte die Idee, dass man die europäische Bewegung eben auch kulturell unterstützen muss und thematisch solche Dinge wie Bildungspolitik und Umweltpolitik zur kulturellen Entwicklung gehören. In Deutschland gab es dann die deutsche Gesellschaft, die hieß für kulturelle Zusammenarbeit in Europa, war sozusagen der deutsche Ast der Amsterdamer Europäischen Kulturstiftung. Und das wurde geleitet von Dr. Konrad von Moltke. Und dem hat man dann, nachdem er sich offensichtlich in Sachen Umwelt ziemlich gut auskannte, angeboten von Amsterdam her, ein Institut für europäische Umweltpolitik zu gründen. Das waren, glaube ich, insgesamt sieben Mitarbeiter oder so, auf drei Standorte Bonn, Paris, London verteilt. Eine völlig ungewöhnliche Konzeption. Und dann gab es natürlich die Europäische Kommission, die haben die Aufgabe gehabt, die damals im Entstehen begriffenen europäischen Richtlinien auf ihre Umsetzungsqualität in den verschiedenen Nationalstaaten der Europäischen Union zu untersuchen. Dafür hat dann das Institut für europäische Umweltpolitik mit tatkräftiger Hilfe von Konrad von Moltke und dann auch dem Leiter des Londoner Büros Nigel Haig eine Reihe von Studien gemacht, die für die Nationalstaaten sehr peinlich waren. Und die DG selber hätte auch die Kapazitäten, um ähnliche Untersuchungen zu machen, selber gar nicht gehabt? Die hätten das kaum gehabt. Wie sind Sie denn selber dann an das Institut gekommen? Also zunächst mal das Thema Umwelt hatte mich schon vorher interessiert. Ich habe in den frühen 1970er Jahren einen Lehrstuhl für interdisziplinäre Biologie an der Universität Essen gehabt und habe dort unter anderem einen Graduierten oder einen Aufbaustudiengang Umwelt eingerichtet, zusammen mit ein paar anderen Leuten. und war also mit dem Thema vertraut. Dann war ich Universitätspräsident in Kassel, da haben wir auch viele ökologische Sachen gemacht, die vorher nicht da waren. Also insofern war ich längst infiziert. Als aber Konrad von Moltke mich eines Tages anrief, er werde in die USA emigrieren mit seiner Familie und ob ich nicht sein Nachfolger werden möchte. Habe ich ein Weilchen gezögert und dann habe ich gesagt, na gut, ich bewerbe mich mal. Und die haben mich dann ausgewählt. Ich glaube, ich war ein schlechter Kandidat, aber das ist ganz egal. Es war eine wahnsinnig interessante Zeit. Und dann war für mich ein interessantes Schlüsselerlebnis, einmal, da haben wir organisiert auf Anfrage der American Bar Association, sozusagen dem Juristenclub höchster Ebene, und deren Umweltjuristen, ob wir nicht mal eine gemeinsame Konferenz in Brüssel machen könnten über europäisches Umweltrecht. Das waren Umweltjuristen aus amerikanischen Firmen. Und die sagten mir etwas, was für mich ganz überraschend war, dass deutsche Umweltrecht ihnen besonders gut gefalle, weil es streng, aber verlässlich sei. Interessante Erfahrung. Nun ist das IUP eines der Institute, die wir betrachten, die eine wichtige Rolle gespielt haben, die nicht mehr existieren. Wo würden Sie das heute sehen? Wo würde das IUP heute stehen? Nun, ich würde sagen, Ecologic ist der legitime Nachfolger. Übrigens auch in einem formellen Sinn. Dann würde ich gerne noch übergehen zu dem anderen wesentlich bekannteren und in der Tat heute noch sehr aktiven und sehr präsenten Institut stellen, dem Sie dann als erster Präsident vorgestanden haben, nämlich dem Wuppertal-Institut. Können Sie uns auch etwas über die Gründungsgeschichte des Wuppertal-Instituts erzählen? Ministerpräsident Johannes Rau von Nordrhein-Westfalen hatte die, er war früher mal Wissenschaftsminister gewesen, hatte die richtige Einsicht, dass bestimmte Dinge an den Universitäten strukturell nicht gemacht werden können. Und auch in der Max-Planck-Gesellschaft nicht. Nämlich interdisziplinäre, praxisnahe Probleme. Und dann hatte er die Idee, zusammen mit seinem Abteilungsleiter Hartmut Krebs, dass man das Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen gründen solle, mit einem kulturwissenschaftlichen Institut und ein Institut für Arbeit und Technik, wie das zusammenhängt. Und ein Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und mich hat Hartmut Krebs gebeten, in eine Vorbereitungsgruppe zu kommen, die das Konzept für ein solches Institut aufbaut. Und das habe ich gemacht, ungefähr zu der Zeit, als ich ein Buch geschrieben hatte, das hieß Erdpolitik. Und das hatte in der Substanz fünf Kapitel, die in der damaligen Umweltpolitik so ein bisschen quer gebürstet waren. Ein Kapitel über Energie, ein Kapitel über Verkehr, ein Kapitel über Landwirtschaft, dann ein Kapitel über Dritte Welt und dann noch Biodiversität. Bis dahin war die Umweltpolitik Luft, Wasser, Boden. Und dann vielleicht noch Naturschutz. Und da haben wir in diese Richtung das Institut konzipiert. Das war großartig. Stellen Sie sich mal vor, 40 Planstellen kriegt man geschenkt vom Staat. Das ist unvorstellbar. Na ja, da haben wir mit der entsprechenden Chuzpe und Frechheit das aufgebaut. Das Wuppertal-Institut hat explosionsartig die umweltpolitische Landschaft verändert mit diesen neuen Themen. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und ich hoffe sehr, dass wir die Gelegenheit haben werden, in der Zukunft das noch einmal zu wiederholen. Vielen Dank.